hallo und herzlich willkommen zu einer neuen partie battlefield 4 wir spielen man heute einen neuen spielmodus und zwar mit stelle dazu gekommen ist der nennt sich mitglied auf propaganda also soweit ich es verstanden habe wir müssen mehrere leder zusammengefügt seien aber ok gut 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 ich habe den modus noch nie gespielt ich muss es ehrlich sagen haben wir nicht sehen aber ok die haben wir mir nur 3 der kommt von der seite verdammt aber ok ja 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 verdammt ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, war ne schlechte Idee. Knapp dir die Kugeln, Mann. Knapp dir die Kugeln, Mann. Knapp dir die Kugeln, Mann. Dannen. Ich brauche einen Zadigate. Okay, den haben wir nicht gesehen. Wenn er einen Hund hat, dann schon vier Mal. Hä, wie geht's das? Das darf noch nicht wahr sein. Aber ich ist anspruchsvoll, muss ich ehrlich sagen. Aber wirklich anspruchsvoll, also ... Ah, den kennen wir, den haben wir noch. Zwar machst du wenig Punkte, aber ist okay. Ja, Freunde, das war wieder mal eine Runde ... Let's play ... Böderwild 4. Ja, natürlich mit eurem Coyote LP und ... ... mal eine App, ein etwas anderer Spielmodi, aber ... ... ich sage okay ... ... mal was neu ist ... ... aber gut. Tja. Mir bleibt nur noch zu sagen ... Tschü mit ü ... ... und ... ...